Applaus Könnt ihr bitte alle so ein bisschen in die Mitte kommen? Dass jeder euch jetzt nochmal sieht. Das sind die Stutzpfeile vom Werkstatttreff Mecklenheide. Das sind die Leute, die den Werkstatttreff gut unterstützen. Aber ich kann euch wirklich ehrlich sagen, dass auch diese Stutzpfeile fangen an zu wackeln, wenn wir euch nicht hätten. Jeden Einzelnen, jeden Einzelnen, der den Werkstatttreff unterstützt und Applaus auf jeden Einzelnen, der den Werkstatttreff ist. Dankeschön. Aber es geht weiter.